Ahoi liebe Campernationen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Wir haben es versprochen heute ist es soweit wir machen eine Roomtour durch dem Malibu Van Charming GT 600dB Skyview. Wir haben es uns gemütlich gemacht hier in unserem wunderbaren Malibu ein paar wichtige Informationen blenden wir euch hier irgendwo ein im Bild damit ihr einfach mal schon die Grundinformationen habt und Stefan wird euch jetzt so Stück für Stück einfach mal den Wagen zeigen und ich werde ab und zu einen klugen oder unsinnigen Kommentar vor mir lassen wie ihr es wisst aber ich glaube Stefan ihr zeigt mal unseren Malibu. Auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Ja wir fangen mit dem Basisfahrzeug an das ist hier der Fiat Ducato wie ihr gesehen hat mit 160 PS und dem Automatikgetriebe. Wir haben hier kein Radio verbaut in dem Fall also dieser Wagen ist komplett ohne Radio gekommen. Ja ansonsten die Fiat Ducato Basis ganz normal wie auch jeder die kennt. In diesem Fahrzeug sind die Assistenzsysteme daher auch dieser große Kasten für die Kamera und dementsprechend sind die Remis auch dementsprechend hier vorne ausgenommen. Die Remis sind ja von der Firma Remis natürlich logischerweise und verdunkeln hier ziemlich gut. Das kann man auf jeden Fall sagen das klappt sehr ordentlich. Was ich natürlich im Fahrerhaus auch noch ganz gut finde ist diese Silberumrandungen hier an der Seite rechts sowie links ist auch ein Schriftzug drauf aber vielleicht kann man es lesen. Wenn nicht dann blenden wir das nochmal ein. Da steht Katago drauf. Also da hätte ich mir natürlich Malibu gerne gewünscht aber okay gut so ist es halt. Ansonsten kommt der Ducato natürlich mit der berühmten oder beziehungsweise mit der wie heißt es hier so schön Tablet Halterung her. Man kann natürlich das Tablet dort reinpacken. Ich stelle mir halt nur die Frage weil wenn man hier unter mal guckt dann wird es ein bisschen schwierig wenn dann ein Radio verbaut ist ja wie man das ganze gestalten soll. Aber das werden wir auch noch mal sehen hier im Laufe wenn wir hier was ausbauen. Und oberhalb auf der Beifahrerseite haben wir hier noch ein Fach gefunden. Das ist ein Getränkekühler. Das heißt hier kommt die kalte Luft raus der Klimaanlage und kann eure Getränke auch noch mal während der Fahrt hier vorne kühlen. Schauen wir uns noch mal den Wohnbereich an. Vorne haben wir ein Skyview. Dieses kann man auch dementsprechend verdunkeln. Das ist natürlich selbstverständlich. Was natürlich hier nicht geht sagt der Name schon ein Skyview. Das heißt wir können hier nur raus gucken aber wir können es nicht öffnen. Dann haben wir natürlich unsere Fächer hier an der Seite noch mal vom Charming. Da ein Fach was sozusagen kleines ist. Zur rechten Seite ist das genauso der Fall. Dort gibt es auch ein Fach. Dann haben wir linke Seite weiterhin in die Dinett rein. Haben wir natürlich zwei große Staufächer. Dort kriegen wir doch eine ganze Menge hin und rein. Also da kann man denke ich doch ganz gut mal so Chips ablegen. Bei uns ist die Technik drin. Vielleicht kommen auch noch Bücher oder sowas. Kann man vielleicht auch machen. Gut schauen wir mal nach unten an. Also der Tisch. Natürlich bekannt dass er auch ausdrehbar ist. Der hat eine Rastfunktion auf der genau geraden Seite. Ein bisschen doof ist es natürlich wenn man den Beifahrer mit anbinden will. Dann ist das doch ganze hier noch beweglich und ist natürlich keine Arretierung. Das geht nur wenn er gerade ist. Kommen wir mal zu Dinett Sitzbank. Wir haben hier eine Sitzbank die wir hier an der Seite. Da ist so ein Griff dran. Hoch klappen können und dann können wir in das Staufach nach hinten rein schauen. Ich zeige euch das mal. Das heißt wir haben hier hinten noch mal ein ganzes Staufach wo wir noch mal so einen Wasserkasten vielleicht reinpacken können. Also das sind halt noch mal Staufächer. Unter der Sitzbank vorderhalb ist natürlich auch noch ein Schubfach. Hier kann man vielleicht sogar in dem Fall hier den Wanderrucksack reinpacken. Das kommt halt darauf an was man da auch gerne rein machen möchte. Für den Mülleimer gibt es einen anderen Platz. Der ist nämlich ganz exakt gegenüber. Den sieht man auf dieser Seite. Daher in den älteren Fahrzeugen war der natürlich dort noch drinnen und der ist jetzt nach links gewandert. Die Sitze sind natürlich drehbar wie man das hier auch sehen kann und unter den Dinett hätte ich beinahe vergessen. Haben wir natürlich noch ein schönes Fach mit diesen relativ echt robusten und richtig tollen Griffen. Und ja wie man sehen kann am anderen Ende sind Scharniere. Die halten auch. Allerdings muss man aufpassen. Dieser Sitz muss ein bisschen nach hinten damit er dann hoch gestellt werden kann und damit das ganze auch hält. Ja hier wir haben hier Schuhe drin. Also ein riesen Fach was man da noch rein schmeißen kann. Das muss natürlich jeder selber wissen und muss sich halt das dementsprechend anschauen. Stefan hat euch ja gerade dieses Fach hier gezeigt was man ja hier hochklappen kann. Was ich ein bisschen schade finde dass man in dieser Variante das Scharnier was dort hinten vorher mal war weggenommen hat. Weil das wäre ganz schön weil jetzt muss ich mir vorstellen man ist vielleicht alleine unterwegs und man hat einen Kasten Wasser den man da hinstellen soll und man muss immer das noch halten und den Kasten. Das finde ich schade aber ich glaube da kann man gut was nachrüsten. werden wir auch in unserem Malibu in unserem original Malibu auch machen. Hier nicht weil da lohnt sich die Arbeit nicht. Ich mache mal weiter mit dem Küchenblock. Den haben wir hier vor uns. Wir haben natürlich hier ein wunderschönes Fach zum oder beziehungsweise eine wunderschöne Ablage. Dort haben wir ein Metallbügel. Das wird in vielen Fahrzeugen ja auch moniert dass das ganze so ein bisschen naja labberig ist wenn es ein ja ein Plastikteil ist. Genau der Marcel sagt es. An der Seite haben wir die Zentrale für die gesamte Schaltung also das heißt alle Lichter. Natürlich die Trittstufe die draußen natürlich noch sichtbar ist. Der einzige Schalter der hier noch woanders ist ist dort zum Bad hin und ganz hinten wo der Marcel sitzt. Da gibt es noch einen weiteren Schalter für den Schlafbereich. Ansonsten ja von Dometics ein zwei Flammenkocher mit Piezo Zündung natürlich. Wir haben ein schönes großes Waschbecken wo wir hinten natürlich auch so ein ja so ein Stöpsel sozusagen haben. Was ich hier gut finde ist wir haben ein Brett. Dieses Brett lässt sich natürlich an die Seite einklemmen und somit erweitert man noch mal seine Ablage. Über dem ganzen Kochzeile und so weiter haben wir hier ein Fach. Dort haben wir natürlich Lebensmittel drin. Die gehören irgendwie in die Küche natürlich dazu. Gewürze und so weiter. Wie man das dann sich organisiert muss man natürlich dann genauer im einzelnen schauen. Ja eine große Schublade das ist die erste. Hier haben wir natürlich Platz für die Bestecke und wir haben hier noch Gläser und Tassen und so weiter rein gebaut. Dann haben wir die nächste. Also hier klemmt es auch mal. Das ist normal. Einfach einmal an der Seite ein bisschen drücken und schon sollte das ganze dann auch aufgehen. Ja hierfür ist noch mal Platz. Da haben wir zum Beispiel Teller und so weiter da drunter gepackt. Auf dieser Seite ist noch ein Topf und Sieb und so weiter. Eine Schüssel und da drunter noch mal an der Seite drücken. Haben wir noch mal Töpfe, Pfannen und noch mal unsere Gläser. Denn diese Gläser sind Weingläser und die passen natürlich nicht hier oben rein. Das ist natürlich ein bisschen anders. Ansonsten Soft Close schließt sich also automatisch und dann braucht man die Dinger bloß wieder zu machen. Der Marcel hat sich gemütlich gemacht auf dem Bett und ich darf weiter arbeiten. Nein aber ich zeige euch das natürlich gerne. Wir haben hier einen Dometics Absorber Kühlschrank. Hier haben wir natürlich etwas weniger Platz als in einem Kompressor Kühlschrank. Der umfasst nämlich 10 Liter mehr. Auch ein Eisfach ist dabei. Hier an dieser Seite. Marcel machst du noch mal ein bisschen weiter auf. Dankeschön. Also kann man auch sehen das Eisfach dazu. Ja und da drunter unter dem Kühlschrank. Ja das habe ich nicht genau im Kopf. Das müssen wir euch mal einblenden wie viel Liter der das Eisfach hat. Genau. 80 Liter hat der Kühlschrank insgesamt. So dann haben wir hier eine Kleiderbügelstange. Wir haben hier auch eine sogenannte Lampe. Die ist wohl auch irgendwie rausnehmbar. Also das heißt die kann man als Beleuchtung nutzen. Die muss man irgendwie abbauen können. Haben wir noch nicht ausprobiert. Könnten wir euch in einem anderen Video auch noch mal zeigen. Ansonsten kann man unter den Jacken natürlich prima noch etwas ablegen. Das klappt auch ganz gut. Und ja genau. Somit ist das ein großes Staufach. Die Tür zum Bad ist eine Schiebetür. Also das heißt man kann sie hier arretieren und dann einfach mit dem Hebel einfach aufziehen und schon ist sie auf. Ja schauen wir uns doch mal das Bad an. Wir haben hier mehrere Abflagemöglichkeiten. Ich würde sagen wir fangen oben an. Ein großer Spiegelschrank. Dann haben wir natürlich dort einen Inhalt. Beziehungsweise wir können halt dort was reinlegen. Wir haben das Waschbecken. An der Seite sind natürlich Ablagefächer. Hier haben wir noch eine Steckdose. Dann haben wir hier unter ein Ablagefach. Wo auch das Toilettenpapier seinen Platz findet und wird hier durchgefädelt. So dass es da unten raus guckt. Ich finde eine ganz charmante Geschichte. Ein Ausströmer für die Heizung. Also wir haben die Erfahrung gemacht. Den Ausströmer muss man nicht aufmachen. Es ist hier bullig warm. Weil die Heizung ist nämlich genau da hinter. Hinter dieser Toilette. Das zeigen wir euch noch. Dann muss man sagen da kommt genug Wärme von weg. Hier haben wir noch ein bisschen so Reinigungsmittel und Chemietabs und so weiter. Die man halt auch braucht für die Toilette. Ansonsten haben wir natürlich die Dusche hier. Ich zeige euch das auch gleich nochmal wie das hier mit der Trennwand funktioniert. Die Toilette ist auch recht einfach gestaltet. Das heißt man zieht den Hebel. Weil es ja eine wegschwenkbare Toilette. Dadurch erweitern wir hier dieses Bad natürlich. Und dann heißt das einfach nur rausziehen. Hier unten ist so ein kleiner Hebel dran. Dort. Und den kann man einfach mit dem Fuß bedienen. Ansonsten ist natürlich die Toilette auch sehr einfach gestaltet. Hier die Öffnung und dann Schließung. Ja Toilette denke ich bekannt ist eine Tedford in dem Fall. Sie zeigt dann auch an wenn sie voll ist. Und jetzt würde ich sagen hier oben können wir nochmal gucken. Da ist nämlich noch eine Dachluke. Die ist auch richtig schön groß. Da ist die Verdunklung dazu. Und natürlich das Fliegengitter. Und der Marcel der stellt sich da nämlich jetzt nochmal rein. Der ist 1,88 groß. Und zeigt euch nochmal ob man da drinnen stehen kann oder nicht. Einmal der Beweis würde ich sagen. Marcel. Ja wie ihr seht. Ich spreche mal ein bisschen lauter damit ihr mich hört. Weil das Mikrofon ist gerade in Richtung Stefan. Also ich stehe hier richtig gut. Also nicht nur hier im Loch vom Fenster. Dachfenster. Dachfenster steht. Ich kann auch hier einigermaßen gut stehen. Ich muss jetzt gleich die Tür halten. Weil wir stehen ein bisschen schräg und dann passiert nämlich... So wie man sehen kann. Ich befinde mich jetzt hier in der Dusche. Also ich habe hier richtig viel Platz. Auch wenn es vielleicht jetzt gerade im ersten Moment nicht so aussieht. Aber man muss schon sagen. Also da ist ordentlich viel Platz hier drin. Das heißt es ist alles mit diesen Plastikverkleidungen sozusagen abgedeckt. Und somit kann hier auch nichts rauslaufen. Auch selbst das Waschbecken ist hinter so einer Plastikverkleidung. So dass da auch nichts hinkommt. Ja zwei Auslässe. Einer vorne rechts. In der linken Ecke haben wir leider keinen. Aber dafür mittig drin noch einen vor der Toilette. Das heißt wenn ich nach hinten schräg runter stehe. Dann geht das wenigstens da auch weg. Raus aus der Nasszelle sind wir hier schon direkt hinten im Bettbereich. Ja wir haben ein Bett. Das ist... Ja ich glaube das muss man einblenden. Ich weiß nur da glaube ich dass es 1,39 Meter ist. Und Quatsch 1,93 Meter. So rum natürlich. Und ja den Rest haben wir euch jetzt gerade eingeblendet. Ja zwei große Staufächer. Einmal zur rechten Seite 1. Einmal zur linken Seite 1. Da passt ordentlich was rein. Also für zwei Personen jeweils halt 1. Hinten kann man ganz gut Handtücher und so weiter reinpacken. Oder halt was man sonst an Krimskrams noch braucht. Was ich auch sehr charmant finde ist rechte Seite sowie linke Seite so ein kleines Fach. Ich nenne das jetzt einfach mal Wäschepuff. So das heißt eure gebrauchte Wäsche kann dann da rein und dann ist er gleich verschwunden. So wir haben hier unter noch Ablagen für Handy. Funktioniert echt gut. Ja zu der elektrischen Ausstattung und so weiter da sage ich später nochmal was dazu. Da ist uns ein bisschen was aufgefallen. Zur linken Seite ist noch wie versprochen der eine Schalter. Der jetzt natürlich gerade nicht funktioniert weil wir gerade gar keinen Strom eingeschaltet haben. Aber vielleicht macht der Marcel das mal eben schnell. Da ist das Licht. So wir haben einmal rundherum sogenannte Leseleuchten. Die sind mit dem Schalter schaltbar noch zusätzlich an oder aus. Und wenn ich halt den Hauptschalter hier an der Seite betätige dann sind alle auch aus. Linke Seite hinten ein kleines Fach zur Ablage. Rechte Seite ein kleines Fach zur Ablage. Ja dann würde ich sagen haben wir hier vorne noch ein Fach. Das wollte ich euch auch nicht enthalten. Nämlich ist das die Trittstufe. Die kann man hier ausziehen. Sie ist arretiert auf der linken Seite. Wenn man die wieder reinsetzen will muss man den Hebel einfach ein bisschen nach unten ziehen. Und dann kann man das Ganze wieder wegschwenken. Ja aber hier haben wir noch ein Fach habe ich gerade gesagt. Und dieses Fach wie man sieht ist doch auch noch eine kleine Ablagemöglichkeit wo man doch noch ein paar Sachen rein bekommt. Den riesigen Laderaum wollen wir euch natürlich auch nicht enthalten. Das heißt wenn ihr diese ganzen Sachen nach rechts und nach links hoch klappt mit diesen Verzohrdingern könnt ihr sozusagen hier komplett durchladen. Denn ich drehe mich mal. Das ist eine komplette Durchlademöglichkeit. Da ist der Marcel. Bis nach vorne hin natürlich. Ja ansonsten haben wir natürlich noch Ablagefächer. Hier haben wir unsere ganzen Utensilien. Alles was so um Strom betrifft und so weiter. Und da drunter ist dann auch noch eine Klappe wo man an die Heizung kommt. Aber auch von dieser Seite sehen wir die Heizung. Und hier befindet sich auch der Frostwächter. Also der Truma Frostwächter. Der geht natürlich auf wenn es im Winter zu kalt wird. Auch zur rechten Seite befindet sich noch ein Fach. Mal sehen ob ich das jetzt aufkriege. Weil das ist im Endeffekt nur eine Revisionsöffnung. Und zwar geht es dort zur Toilette hin. Die kann man nämlich dort dann quer durch sich anschauen. Aber man hat halt nochmal ein schönes flaches Fach. Wo man noch ein paar Sachen ablegen kann. Gegenüberliegend haben wir hier noch ein Licht. Das geht gerade nicht weil das Auto gerade aus ist. Also das heißt die Türen sind nicht offen. Wobei wenn ich hier hinten aufmache müsste das Licht angehen. Auch die Schiebetür hat natürlich ein Fliegengitter. Wie der Marcel gerade gut bewiesen hat geht das natürlich auch zu. Wir hatten am Anfang das Problem dass das hier an dieser Seite nicht so richtig abschließt. Aber wir haben festgestellt wenn diese Dichtung die da noch drauf ist vernünftig sitzt. Dann läuft das auch ganz gut. Ja dann die altbekannten Malibu Fenster. Sind keine rahmenlose Fenster. Oder wie heißt das. Das weiß ich jetzt nicht genau. In der Karosserie genau auf jeden Fall glatt gemacht. Sondern sie sind halt noch Aufbaufenster. Man sieht das so auch ganz gut. Und man hat sich hier für einen Rahmen entschieden. Laut Malibu ist dieser Rahmen für Schwallwasser ganz gut geeignet. Wenn dann halt was von oben runter kommt. Dass das nicht gleich rein kommt. Und natürlich nochmal ein zusätzlicher Einbruchschutz. Ob diese Fenster jetzt natürlich nun was taugen. Und unbedingt besser sind als rahmenlose Fenster. Oder beziehungsweise Fenster die halt in der Außenhaut direkt drin sind. Muss ich zeigen. Dann stehen wir mal am Heck. Und am Heck fällt erstmal auf. Wir haben ein außenliegendes Fach für die Gasflaschen. Was ich persönlich sehr gut finde. Dass man von hinten ran kommt. Auch wenn es halt die Gefahr ist. Dass diese Seite im Prinzip weiter raus muss. Weil man ja die Gasflaschen noch da drin hat. Und weniger Ladefläche hat. Aber das ist mir mehr wert. Und dass ich den Kofferraum, der dann ja noch voller ist, nicht ausräumen muss. Und dafür lieber dieses Fach von hinten zugänglich habe. Ja, hinten die ganzen Pläsees und so weiter. Also wir haben überall Fliegengitter. Und wir haben auch überall natürlich Verdunklung. Diese sind überall sehr identisch. Also das heißt von der Qualität ziemlich hochwertig finde ich persönlich. Und was man hier noch machen kann. Dieses Ganze hoch. Und dann kann man natürlich noch das Fenster öffnen. Das Ganze hier ist noch mal als Kälteschutz. Das heißt, wenn man dieses Brett da nicht hat. Dann hat man wohl im Bett noch mal ein bisschen mehr Kälte. Was man hier noch machen kann, ist den Knöppel drücken. Und dann kann man die Tür noch mal um 160 Grad öffnen. Wie man das hier sieht. Hat auch nicht jedes Fahrzeug. Aber bei Malibu ist das Standard. Ja, Parkpiepser haben wir auch noch hinten in der Stoßstange. Wenn man halt keine Kamera hat, ist das doch sehr hilfreich. Wir befinden uns gerade auf der Fahrerseite. Und hier befindet sich die Serviceöffnung für die Toilette. Das heißt, beide Klappen gedrückt. Das Problem ist, mit einer Hand das zu machen etwas schwierig. So, jetzt. Die Toilette muss in Serviceöffnung, also in Servicestellung gebracht werden. Dieses ist jetzt hier nicht der Fall. Man schwenkt die Toilette sozusagen zur halben Stellung, als wenn sie fürs Duschen weg ist oder halt zum Benutzen. Und zwar gibt es auf der halben Stellung auch noch mal eine Stellung. Dann einmal Strom. Der bekannte CEE-Stecker. Die Heizung. Hier ist eine Gasheizung verbaut. Und zwar eine Truma Kombi 6E mit Elektroantrieb. Man kann also auch elektrisch heizen. Allerdings nicht auf voller Leistung. Und zur anderen Seite befindet sich dann noch der Wasseranschluss. Also das heißt, hier können wir noch befüllen. Und der Wassertank befindet sich hinten rechts im Kofferraum. Das könnten wir auch noch mal kurz zeigen. Denn hier gibt es hinten rechts in der Ecke, ich zeige das jetzt einfach mal so, eine Klappe, die man hier hoch machen kann. Mal sehen, ob wir das so hinkriegen. Und dann kommt man auch hier unter an den Wasserhahn zum Ablassen des Wassers und natürlich zur Revisionsöffnung hin. Wie versprochen, wollte ich euch zum Schluss natürlich noch die Elektrik nicht enthalten. Linke Seite natürlich das Anschalten. Hier oben können wir noch, wenn wir ein Radio verbaut haben, das Radio einschalten. Dann läuft das auch über die Aufbaubatterien. Rechte Seite oben sind die Batterieanzeigen. Und zwar für den Aufbau. Und unten sind die Batterieanzeige für die Starterbatterie. Dann haben wir natürlich Frischwasser. Hier ist nichts mehr drin. Sie blinkt, die Anzeige. Und wir haben hier noch mal Abwasser. Und wie man sieht, da ist kein Lämpchen an. Da ist auch kein Abwasser mehr drin. Zur linken Seite haben wir die Truma Bedieneinheit. Diese ist halt Standard, wie auch jeder sie kennt eigentlich. Dazu können wir noch mal später ein Bedienungsvideo machen. Und dann können wir euch das Ganze auch noch mal zeigen. So, dann kommen wir mal zum Wichtigen. Marcel, wie sieht denn das hier mit dem Strom eigentlich aus? So für, ich sag mal, Leute, die ein Smartphone haben. Oder gibt es Leute, die einfach, oder gibt es viele Leute, die gar kein Smartphone haben? Ja, Stefan, wo du die Frage stellst, das ist so ein kleines Manko bei der Firma Malibu. Ich hätte es auch dahin zeigen können, fällt mir gerade ein. Aber es ist wichtig, dass wir sowas eigentlich an Bord haben. Malibu ist nicht bekannt dafür, sehr modern, was USB-Anschlüsse angeht. Wir haben, sage und schreibe, einen einzigen USB-Anschluss. Der ist da ganz hinten. Und dann war es das. Es gibt keine einzige 12-Volt-Dose eigentlich außer vorne im Fahrerhaus. Da gibt es auch noch, da gibt es noch, da gibt es noch ein USB vorne. Aber, naja, es ist halt vorne. Man braucht hier eigentlich Anschlüsse. Da sagt Malibu ganz klar, na, das ist ja ein Thema für den Händler. Der kann ja da was machen. Da wird Stefan euch dann mal was sagen. Wir haben uns dann eine Sonderlösung ausgedacht. Kommt auch in einem der nächsten Videos. Weil hier alles aufzumachen vom Händler, gefunden wir nicht so schön. Wie gesagt, keine 12-Volt-Dose außer vorne. Ja, Steckdosen gibt es dort eine. Dann haben wir vorne eine. Dann in dem Bad ist eine drin. Und dann hinten ist auch noch eine. Aber auch nur dann, wenn man das Steckdosenpaket nimmt. Und was das Steckdosenpaket schon wieder bedeutet, das muss ich Stefan sagen. Ja, zum Steckdosenpaket. Also es ist halt so, die vorne an der Fahrer im Fahrerhaus, die gehen leider nur, wenn die Zündung an ist. Das heißt, es bringt mir was, wenn ich auf der Fahrt unterwegs bin. Kann ich ja so gut was laden. Perfekt. Aber für mehr leider nicht. Denn unterwegs, so einfach beim Stehen, sind die Dinger leider aus. Ja. Es gibt eine USB-Dose. Da nehme ich euch nochmal mit. Die hier in diesem Fahrzeug verbaut ist. Das ist nämlich ganz hinten. Ups, da ist sie nämlich. Das ist die, die wir hinten im Schlafbereich haben. Aber das war es. Und mit einer USB-Dose, meistens haben wir mehrere Handys dabei. Oder halt auch wir in diesem Fall, haben wir natürlich noch Kamera-Equipment dabei. Das können wir auch nicht laden. Und wir brauchen dringend auch eine 12-Volt-Dose. Leider hier nicht dabei, aber später dazu mehr. So, das Steckdosenpaket besteht auf jeden Fall aus dieser einen USB-Dose. Und die zusätzliche Dose hinten im Heckbereich, nämlich die 230-Volt-Dose. Kostenpunkt waren um die 200 Euro. Ich glaube 190 oder sowas. Können wir euch nochmal einblenden. Ja, und es gibt noch ein zweites Steckdosenpaket, was man auch noch dazu beziehen kann. Da würde man hier unten, in dem Bereich, unter der die Nett-Sitzbank noch eine Steckdose haben. Aber auch nur eine 32-Volt-Dose. Und diese kostet, wenn ich mich auch richtig erinnere, blenden wir euch auch ein um 90 Euro oder 80 Euro. Jetzt habt ihr euch sicherlich noch die Frage gestellt, ja, der erste Schalter ist die Drittstufe. Aber was sind denn die ganzen anderen Schalter? Ja, wir können die mal durchschalten. Das eine ist die Ambientenbeleuchtung. Hier geht diese ganze Ambientenbeleuchtung auf dieser Seite an, dort unter. Hier auf der linken Seite haben wir das Malibu-Branding. Das blenden wir euch auch nochmal ein. Und wir haben hier oben überall diese ganze komplette Ambientenbeleuchtung. Einmal rundherum um diese, ja, schönen Verkleidungen an der Seite, wo wir das hier drunter haben. Hier, wo es rausleuchtet. Also es sieht schon im Dunkeln richtig klasse aus. Es gibt noch eine zweite Ambientenbeleuchtung. Diese befindet sich dort auf der Seite und auf der rechten Seite. Das ist der andere Schalter, den es dazu gibt. Allerdings haben wir hier ein kleines Problem. Ambientenbeleuchtung dort an. Okay, cool. Würde ich auch gerne benutzen. Aber ich habe auch gleichzeitig die Arbeitsfeldbeleuchtung an. Das will ich vielleicht nicht unbedingt, sondern ich möchte gerne die Ambientenbeleuchtung hinten im Wohnbereich haben. Also sprich im Schlafbereich. Und das kann ich leider nicht getrennt schalten. Ja, und wem das Ganze dann nicht ausreichen sollte, haben wir einen großen Schalter noch. Das ist der neben der Steckdose gleich. Da gehen dann alle Lichter an. Und dann ist das hier, ehrlich gesagt, taghell. Auch an dieser Seite gibt es noch ein Licht. Das wussten wir am Anfang gar nicht, was das genau ist. Auf Stufe 1, hm, tat sich irgendwie immer nichts. Null ist klar. Da tut sich natürlich sowieso nichts. Auf Stufe 2 geht es an. Aber was bedeutet denn die Stufe 1? Ja, das kann ich euch zeigen. Nämlich, ich drücke jetzt einfach mal vom Schlüssel. Das ist der Aufbau. Den schließe ich mal auf. Und dann öffnet sich auch automatisch, oder beziehungsweise dann geht auch automatisch das Licht an. Nämlich vom Aufbau. Also das heißt, wir haben hier noch ein zusätzliches Licht, was wir dann einschalten. Oder was sich automatisch einschalten kann, wenn wir das Fahrzeug aufsperren. Wir haben ja noch etwas hier in diesem Malibu, was wir normalerweise gar nicht haben. Was wir auch nicht bestellen würden. Stefan, pass auf, da kommt eine Stufe. Nichts, dass du fällst. Und das ist dieser Fernseher. Ist ein 24 Zoll Fernseher. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich das hinkriege. Ich muss einen Stift, glaube ich, ziehen. Und dann kann man ihn rauspacken. Dann fährt er mir schon fast aus der Zichte. So, und das, dann kann man halt ein bisschen weiter vorziehen. Ja, und jetzt könnte man sagen, wir wollen ja hinten im Bett Fernseher gucken. Dann kann man den ja noch ausziehen. Muss man aber natürlich wieder reinfahren. Und jetzt wird es gleich lustig. Wartet jetzt gespannt. Ja, und jetzt drehen wir und drehen wir und drehen wir und drehen wir und drehen wir. Und dann denken wir uns, na super, hier geht es nicht weiter. Hier kann man nicht weiter reinstellen, weil dann würde man selbst hier vorne. Also es geht nicht. Zumindest würde ich das jetzt nicht sehen. Stefan, du musst mir das berufen. Nein, geht nicht. Also ein bisschen geht noch rein. Ja, probier mal. Und so viel. Aber, wie man sieht, man kommt nicht drum. Also man kann auch das Ding nicht aufmachen. Also selbst wenn wir das aufmachen würden, würde es hier oben anstoßen. Dann würde es theoretisch gehen, wenn das ein bisschen weiter oben wäre. Aber man stößt immer wieder an. Und wenn das so ist, also hält es nicht. Und dann ist es im Bett nicht wirklich angenehm, weil es ist ein schräges Bild. Und nee, das funktioniert einfach nicht. Ich nehme mal die Kamera, ich nehme sie euch hin und dann zeige ich das mal. Aber, ja, so würde es aussehen. Nee, das ist nicht wirklich. Stefan, jetzt lässt du mal los, weil das täuscht den Bild. Weil wenn du so machst, wäre es schön. Also alternativ, du musst ja immer stehen. Und dann kann ich hier Fernsehen gucken. Aber so wäre es ja ein Original. Und nee, nee. Da hat sich Malibu kein Gefallen getan. Das wäre hier, hätte man einen niedrigen Rand machen müssen. Dann wäre das gut oder ein 23 Zoll. Aber diese Variante, naja. Keine Ahnung, was Malibu da geritten hat. Ja, wir haben uns beide jetzt in den Dinett hingesetzt. Ja, hier, falls ihr euch wundert, was das hier ist. Ja, das ist unser Logo. Das haben wir gerade mal nicht rangeparkt, weil wir zur Zeit eh nicht fahren. Und dann nehmen wir das entsprechend ab. Ja, ein Fazit zu dem Fahrzeug ist, glaube ich, relativ einfach zu sagen. Unsere gefällt es richtig gut. Ja, also für mich ist, ehrlich gesagt, Qualität stimmt. Klar hast du hier oder da immer mal so Kleinigkeiten wie irgendwelche kleinen Nupsis, die mal abfallen oder sowas. Aber ganz ehrlich, das muss man als Camper abkönnen. Denn irgendwo so ein bisschen handwerklich so ein paar Kleinigkeiten selber machen, finde ich, kann schon sein. Wobei wir sagen müssen, die Nupsis, die momentan ja alle abgefahren sind, sind alle aus dem Aufbau. Fiat. Also das kommt alles von Fiat, muss man auch dazu sagen. Das ist noch nicht mal von Malibu. Wir könnten euch noch viel mehr zeigen, aber wir werden jetzt die nächsten Wochen natürlich immer mal wieder berichten. Genau, wir werden Reisevlogs machen, soweit es möglich ist. Das dauert natürlich, aber wir wollen natürlich ein bisschen noch was erweitern. Ich glaube, da können wir schon mal sagen, dass da eine Einnetbox von Truma verbaut wird mit der Level Control, also die Gasüberwachung, dass wir auch sehen können, wie viel hat denn die Gasflasche noch. Ja, dann werden wir hier entsprechend für uns ein kleines Elektro-Blocky-Selbstbau machen, damit wir halt USB und halt auch 12 Volt noch zusätzlich haben und auch 230 Volt, wenn wir nicht am Landstrom sind. Also wir wollen dann noch ein bisschen was machen. Also das geht dann hier weiter auf dem Kanal. Und natürlich ganz wichtig, das Radio, das muss auch noch kommen. Aber da muss ich mir erst mal Gedanken machen, welches Radio überhaupt. Genau. Dann soll es das jetzt gewesen sein. Wie gesagt, die Hung-Tour war heute ein bisschen länger, weil wir haben Zeit. Wir sind nicht auf einer Messe, wo du huschi-puschi, wie Stefanie aus Boot Jarding das immer gesagt hat. Wir wollen euch das halt in Ruhe zeigen können und ich glaube, wir hoffen, dass es uns auch gelungen ist. Ja, und alle Worte-Findungsstörungen, die wir trotzdem hatten, lassen wir wie immer im Video, sind keine Outtakes, weil so sind wir. Genau. Und jetzt genießen wir noch den schönen, strahlenden Sonnenschein da draußen, wünschen euch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir sehen uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne ein Like, kommentiert in die Kommentare, drückt die Glocke, dann passt ihr gar nichts. Und für alle Likes, für alle Kommentare sagen wir schon Dankeschön. Wenn ihr uns aktuell folgen wollt, dann schaut doch gerne mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, denn dort habt ihr immer aktuelle Fotos. Wenn ihr kein Instagram habt, kein Problem, wir sind natürlich auch bei Facebook, facebook.com slash kreuzfahrtcamper, da seht ihr natürlich auch aktuelle Beiträge, aktuelle Fotos. Dann, ein super Tipp ist natürlich immer unsere Internetseite www.kreuzfahrtcamper.de, dort haben wir alle Videos nochmal verlinkt, in verschiedenen Kategorien, so dass ihr die besser findet, YouTube ist da ein bisschen schwieriger. Dort findet ihr alle Videos, die wir gedreht haben und noch ein bisschen mehr. Nämlich Anleitungen und auch Tipps und so weiter, Stellplatzguides, also das heißt ihr könnt euch auch dort die Koordinaten für die Stellplätze zum Beispiel rausholen. Vielen Dank!